gut warte dann habe ich dich glaube jetzt ich komme es nämlich so ein berg runter der an der meerkante links was auch vielleicht richtig von hier oben steht da lauf mal zu dem stein hin zu dem da den du fahren wollte ich habe ich schon weggefahren okay da liegt dann noch mal eine irgendwo in der nähe steht ein haus in der nähe so ein holzhaus nicht auf dem berg runterlaufen ganz kleiner pixel aber das war's dann doch warte da stehen sind drei steine ja ja ich sehe dich ich sehe dich der ist gerade zerbrochen kann das sein jetzt ja na shit ok nee das warst du nicht da ist schon einer gerannt da rennt einer bist du das nee ich stehe gerade du stehst gerade dann war das jemand anderes aber das ist aber scheiße jenis du machst mir angst und ich glaube nachts ist es besser wenn man so eine holzhütte hat oder ja eine schelter das heißt ein bisschen holz ja ich sehe dich nicht und du bist schon mehr ich dann berg direkt am meer kann ich gleich gucken naja also direkten berg ist nicht in der nähe nett also was meinst du halt was dann direkt berg oder was ja nicht so ein riesenberg wo man halt hoch latschen kann ich fahr mal kurz tiere könnt ihr c4 herstellen ich habe so ein campfire ok warte stellt es mal oder warte in berg warte 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 da komme ich jetzt nicht durch nas sauber also nicht so ein abgefilter oder was heißt abgeflacht ne ja aber der ist nicht so groß wie so riesengebirge sondern ne 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 an ne ich bin auch nicht bei einem haus warte links siehst du da wird gleich noch mal links daneben und berg bisschen weiter links alter werde ich sagen wir machen schnitt und machen weiter wenn wir uns gefunden haben oder weil das dauert jetzt halb ewig gehen kürzen mir aus ich fahr währenddessen kletter einfach mal so ein berg hoch mach ich gleich ein holz mehr von sich gibt oder warte macht einfach mal was passiert eigentlich bin ich kein kein food mehr hab dann geht dein hellflangst am rund und dann stirbst du und wirst da respawn wo du ganz am anfang respawn tisch was das ist aber uncool und du verlierst alles das heißt ich sollte mir vielleicht zum campfire machen oder was ja dass du essen halt hast weil ich bin jetzt auf einer spitze von einem berg beziehungsweise war das ist eine straße ich sehe nichts straße nichts gar nichts ich bin jetzt eigentlich so gut wie direkt am schicht du glaubt da hinten aber ich bin nicht ganz sicher weil einmal um das ganze in rast ist ja glaubt so dass einmal um die ganze insel wasser ich kann das sein ach so sind wir auf einer insel wahrscheinlich oder ich glaube wie platziert den campfire du nimmst das in dein inventar unten ja dann drückst du auf die das ja genau okay jetzt habe ich das angemacht und jetzt die nutze ich denn das mit use draufklicken oder noch mal mittleres mausrad und dann rechte oder linke maustaste also wenn es an ist ja du kannst das auch nutzen wenn es nicht an ist da passiert aber nichts mit rechte und linke maustaste ich stelle hier mal meinen schlafsack hin okay warte mal ja ich habe mir einen schlafsack gemacht ich bin voll der cheater campfire mache ich mir auch schön ich weiß nicht ganz wie ich das benutzen kann was das kämpfe muss gedrückt halten halten und dann auf use drücken also kapiers mit einer leeren hand mit einer leeren hand nein das scheiß egal ach use gedrückt halten ja und dann steht open oder extinguish genau und dann muss open drücken dann kannst du da dein schicken zeug reinlegen okay warte ich bin auf einem berg ich zünde jetzt einfach mal so eine fackel an die ich gefunden habe siehst du das aber scheiße automatisch braucht eine weile also ich habe hier mein feuer eigentlich direkt am meer aufgeschlagen direkt am meer so gut wie hier warte mal dann packe ich nur mal schnell zusammen das campfire mache ich einfach mal an siehst du ein campfire auf einem berg ich glaube das campfire das sieht man so gut wie gar nicht nein shit oh mein gott oh mein gott habe ich halt ich habe mir fast alles gebrochen gerade eben alter ich wäre fast gestorben okay ich habe zwei guckt und die kann ich jetzt essen wahrscheinlich oder ja unten in er entweder links klick oder unten in dein inventar ne mit mit einfach auf vier alter das gibt ja bloß 500 was kann ich das campfire wieder abbauen ähm ja aber ich glaube dann hast du nicht mehr hm ich geh jetzt einfach mal an der küste entlang okay aber nicht runterfallen was was ich habe irgendwann mal was gehört weil da steht jetzt zum beispiel wenn ich am lagerfeuer bin steht komfort ja und wenn ich ja weg bin steht er cold ja hat das auch irgendwas zu sagen ja wenn du wenn es dir kalt ist verlierst du schneller hunger scheiße ist das spiel klug ja ich geh jetzt einfach am wasser in ja ich